Bitcoin und Ethereum, was ist die nächste Bewegung? Lass uns das in den Charts herausfinden. Wird Bitcoin hier runterbrechen, unter den 30.000 Dollar Bereich und wird direkt zu 17.000 gehen? Oder wird Bitcoin nach oben brechen und wird noch weiter nach oben gehen, zu den 50.000er Bereich? Wir werden darüber reden und viel mehr in der heutigen Sendung. Also macht sicher, dass ihr dran bleibt und das Video bis ganz zum Ende schaut. Und natürlich auch, ich bin zurück, live bei Twitch. Ist das nicht toll? Ich habe endlich wieder meinen Stromfresser hier, meinen Riesencomputer und der ist endlich angekommen. Den habe ich aufgebaut und ich bin richtig aufgeregt. Ich bin jetzt wieder zurück in Action und ich bin jetzt wieder live bei YouTube und bei Twitch. Und ich bin so froh, dass das jetzt endlich wieder klappt. Danke drüber und schaut euch das jetzt auch live bei Twitch an. Oh Mann, also, das wird ein sehr holpriger Weg für uns, richtig beängstigend in der nächsten Zeit. Und ich sehe wirklich, dass Bitcoin und Ethereum und vielleicht auch die Altcoins, die Altcoins nicht so sehr. Ich glaube, die Altcoins werden in Ordnung sein. Aber Bitcoin und Ethereum, ich sehe ein Horrorszenario auf uns zukommen und wir werden auch darüber reden, wie man das traden kann und wie man auch die niedrigeren Zeitebenen traden kann. Also, wenn du interessiert bist, um zu traden, dann könnt ihr das tun, indem ihr rüber geht zu buybit.davincij15.com. Links sind in der Beschreibung von dem Video. Und ihr könnt, ich glaube, das sind, ja, 1000 Dollar, 2000 Dollar an Bonuses, die ihr verdienen könnt, wenn ihr den Links folgt. Und schaut euch das an in der Beschreibung für mehr Informationen. Also, bevor wir weitermachen mit dem Traden, ich möchte euch sagen, dass das kein finanzieller Rat ist. Bitte macht eure eigenen Recherchen, bevor ihr irgendein Geld in den Markt investiert. Okay, lasst uns weitermachen mit den Charts. Wie normal. Okay, also, lasst uns rübergehen zu unserer letzten Diskussion. Ich glaube, das letzte Mal, als wir geredet haben, ich habe gesagt, ich würde nicht hier nochmal reinspringen in den Preis, wenn wir runterbrechen und dann wieder nach oben gehen. Ich mag es nicht, um das zu machen, aber es ist zurückgekommen und dann hast du dein Ziel perfekt getroffen. Als wir über diesen Ausbruch geredet haben nach unten und in diesem Trade, wie ihr sehen könnt. Und boom, du hast genau dein Ziel getroffen. Hättest deine Profite hier genommen. Also, weil es kommt wieder zurück nach oben. Also, ja, das kommt wieder direkt auf dich zu. Und leider, schau dir das an, schau dir diesen Trade an hier. Könnt ihr das sehen? Und das auch wenn Bitcoin sehr viele Leute auf der Welt verletzen wird und einfach dafür bestimmt ist. Wir sind eigentlich bestimmt, um nach unten zu brechen hier. Keine Garantie natürlich, aber das ist das höchstwahrscheinliche Szenario. Aber trotz allem, nicht bevor wir auch den letzten, den allerletzten Bullen kriegen, um sie alle glücklich zu machen, um sie alle einzusaugen, um sie alle einzusaugen und sie alle auszulöschen. Ein letztes Mal, weil das ist einfach so, wie der Markt funktioniert. Und eigentlich versucht er, das meiste Geld von den meisten Menschen zur meisten Zeit zu nehmen. Okay, also, der beste Weg, um das zu tun, ist, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen und aufgeregt, um in den Markt reinzuspringen. Und das Beste, um das zu tun, ist, um die Preisbewegung direkt hier hochzubringen, wo der Ausbruchsbereich war und alle denken sich, ja, es geht nach oben, es geht nach oben. Und dann tut es das nicht. Also, ja, lass uns, ich meine, es ist noch möglich, dass die ganzen Einzelhändler ein Loch da durchschießen, durch die Spitze hier. Und das ist nicht unmöglich, dass das passiert. Und das ist schon mal passiert. Die institutionellen Investoren, sie wurden übers Ohr gelegt in der Vergangenheit. Ihr könnt das sehen mit GameStop und noch ein paar anderen. Aber die Möglichkeiten sind sehr gering. Also, okay, also das wäre dein Trade hier für dein Long Trade. Und lass mich sehen, genau hier, das ist der Ausbruchsbereich. Also, ein 2 zu 1 wäre ungefähr, 2 zu 1, lass uns das hinkriegen. Boom. Also, nicht ganz. Also, lass mich nur etwas näher ran zoomen, vielleicht hilft das mir. Da haben wir es. Das hilft mir. Um das etwas näher zu dem 2 zu 1, nee, das war 5 zu 1. Da haben wir es. Das wäre dein Stop Loss. Und das wäre dein Ausbruchstrade. 2 zu 1 Risiko zu Gewinnverhältnis. Und das sollte uns in die Nähe zu dem Ziel bringen, wo ich wirklich glaube, wird das Ziel sein von Bitcoin. Und ihr könnt sehen, mit diesen Übereinstimmungen von dieser Preisbewegung hier, mit dem 13. EMA und dem 200. EMA, Moving Average, nicht EMA, mit dem 200. Moving Average, Was sehr kritisch ist, dieser Wendepunkt hier. Und ihr könnt sehen, dass die tägliche Chart da durchgebrochen ist und davon abgeprallt ist. Und wir müssen das vielleicht nochmal testen, bevor wir dann runtergehen. Und dann werden wir etwas da drüber gehen, glaube ich. Und dann weiter nach unten dumpen. Das passiert sehr viel, also seid nicht überrascht. Ich sehe nicht, dass wir eine tägliche Kerze über diesem 200. Moving Average schließen werden. Also ich glaube, dass es wirklich nur jede Bewegung über den 200. Moving Average, bis zu dem 42.000 Dollar Bereich, dass das nur eine WIG sein wird. Und dass das nicht sehr lange anhalten wird. Also das bedeutet nicht, dass es nicht möglich ist, dass das passiert. Aber das ist einfach das höchstwahrscheinlichste Szenario, was hier in der nächsten Zeit sich entwickeln wird. Und dann, ja, dann ist das Licht aus. Oh Mann, sie lieben das mit uns zu machen. Aber es gibt Nachrichten und gute Nachrichten natürlich. Weil wenn du dir das ansiehst, du siehst ein kleines W hier, was sich hier bildet. Nicht das schönste W, aber das ist ein W. In dem Sinne. Und du kannst sehen, lass uns runtergehen auf die vierstündige Chart. Hier ist es ganz klar, dass wir hier ein W geformt haben. Und diese Bewegung hier ein W formt. Was hier der Ausbruchspunkt wäre. Das wäre bei den 40.800er Bereich. Also lass uns sehen, wie das sich mit der Zeit entwickelt. Entschuldigung, dass ich unterbreche. In der Mitte dieses Streams. Aber geht rüber zur Blockfall. Schrägstrich der Winchig J15. Und ihr könnt 250 US-Dollar im Bonus erhalten. Und auch 8,6% Zinsen auf dein Krypto. Kenn deine Risiken. Und ihr könnt auch Krypto da traden. Plus ihr bekommt Zugang zu einer Kreditkarte, womit ihr euer Krypto ausgeben könnt. Links sind in der Beschreibung von dem Video. Lass uns rübergehen zu Ethereum. Und sehen, was wir hier haben. Und lass uns erstmal die Chart etwas aufräumen. Und lass uns sehen, was wir hier haben. Und ihr könnt sehen, dass Ethereum fast das gleiche macht. Es bildet hier ein kleines W, eine W-Formation. Und dass wir sagen können, hey, wir werden nach oben brechen. Aber, wisst ihr, Ethereum liebt es, um diese Fakeouts zu machen. Also, und es sieht so aus, als ob der Fakeout jetzt mehr bei Bitcoin passiert, als bei Ethereum. Also, ich bin mir nicht sicher, ob du dieses Risiko eingehen solltest auf diesen Fakeout. Aber das Gute ist, wir gehen in diese Richtung. Und du kannst höchstwahrscheinlich, oh, schau dir das an. Hier haben wir es. Irgendeine Marktstruktur finden, die dich da hinbringt. Und das ist, worüber ich rede. Wisst ihr, diese ganzen Ws hier, die nennen sich Fraktale. Weil der Markt sich immer und immer wiederholt. Und ein Fraktal ist eigentlich eine sich immer wiederholende Formation. Und ihr könnt sehen, dass wir das haben, dass das jetzt sich entwickelt, hier immer und immer wieder. Ja, dass das extrem einfach macht, für die Trader, um das zu traden und davon zu profitieren. Aber natürlich, diese Fraktale funktionieren nicht 100% und nicht immer richtig. Also, tradet nicht so und macht sicher, dass ihr Profite nehmt und euer Risiko richtig managt, dass ihr nicht mehr als 5% wettet von eurem ganzen Portfolio auf irgendeinem Trade. Also, 5% ist das Maximale, was du verlieren wirst. Und den höchsten Verlust, den du nehmen wirst, solltest du diesen Verlust hier eingehen. Also, wir können sehen, dass wir hier schon abgehoben sind. Also, das ist jetzt schon abgehoben. Und es wird vielleicht nicht direkt hier reinkommen, um es hier nochmal zu kaufen. Vielleicht wird sie versuchen, das hier nochmal zu kaufen und hier nochmal einzusteigen. Wenn er hier nochmal zurückrollt, aber das mag ich nicht. Normalerweise lasse ich den Zug fahren, wenn ich ihn verpasst habe. Also, es liegt an dir, ob du das so spielen möchtest, dieses Risiko zu gewinnen spiel. Und das ist nicht, wie ich es mache. Okay, also mit dem gesagt, das ist alles, was wir jetzt machen werden mit Ethereum. Ich glaube, Ethereum wird hier nach unten rollen, aber, oh Mann, wenn ich euch zeigen würde, wo ich glaube, könnte Ethereum hingehen, in die Abwärtsbewegung. Die Abwärtsbewegung und die Bereiche sind einfach nur absolut verrückt. Und ich habe schon darüber geredet, mit Chris und auch Karl. Und ich will das nicht erst erwähnen, weil das so deprimierend ist auf meinem Kanal. Aber wisst ihr was? Ich meine, wenn wir auf die wöchentliche Chart gehen, und dann könnt ihr das 200 Moving Average sehen. Und das ist genau bei dem 500er Bereich. Lasst uns sehen hier. Also die 200 wöchentliche, die ist nicht hier drauf. Warum ist sie nicht da drauf? Oh, das ist, weil das der Spotmarkt ist. Okay, wenn wir das hier jetzt weg machen, und wir auf die wöchentliche Chart gehen, das sieht nicht gut aus. Ihr könnt sehen, der 200 Moving Average ist hier unten, der wöchentliche. Ein A, B ergibt C, D würde uns hier runterbringen. Und in den absoluten Abgrund und sehr viel Information hier zeigt, dass es die Möglichkeit hat, dass es zu 500 Dollar runterbrechen könnte, zu diesem Bereich hier. Und ich denke mir, was? Nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Also, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wenn du das nimmst, ich kaufe das nicht ab. Ich kann das einfach nicht abkaufen. Dass das passiert. Ich werde das verweigern. Entschuldigung. Ich werde das nicht glauben, dass Ethereum hier runter bricht, bis zu diesem Bereich. Basierend auf die technische Analyse. Ich kann das nicht abkaufen. Ich meine, die technische Analyse, ich meine, es gibt immer eine Möglichkeit, dass es komplett falsch ist. Also, ich werde das akzeptieren, zu diesem Zeitpunkt, dass es falsch ist. Und es einfach dabei belassen. Und ihr habt das hier zuerst gehört, dass es diese Möglichkeit gibt, dass es den ganzen Weg hier runtergehen könnte. Oh Mann, das wird wahrscheinlich nur eine Wick, aber trotzdem. Ich will das nicht sehen. Oh Mann, das ist das schlimmste Szenario natürlich. Für Bitcoin wäre, nur um da hinzugehen. Also, das wäre, wir können sehen, dass Bitcoin den ganzen Weg runter geht zu 17.000. Eine Wick bis zu 17.000, zu diesem Bereich. Also, den 17.000er Bereich. Und ihr könnt sehen, dass bei dem 20.000er Bereich offensichtlich richtig heftiger Widerstand ist. Und ich fühle, und ihr könnt sehen, genau hier, da ist sehr viel Handel in dem Bereich gewesen, in dem 17.000 Dollar Gap Bereich. Und ihr könnt sehen, dass es höchstwahrscheinlich da sein wird, dass wir eine Wick in diesem Bereich sehen werden. Und dann werden wir wieder nach oben gehen. Wenn das passiert natürlich, in der kurzfristigen Zeitebene, im nächsten Monat, wir haben jetzt Ende des Monats, Ende Mai, wenn wir sehen, dass das im Juni passiert, ich glaube, das wäre das Ende des Bärenzyklus. Und ihr könnt sagen, das war's. Wir gehen jetzt nach oben. Und du kannst deine Kauforders irgendwo in den 17.000 Dollar Bereich setzen. Oder um den 17.000 Dollar Bereich. Und du weißt, wenn du das triffst, dann hast du den Boden getroffen. Ich würde nicht für 17.000 gehen. Das wäre einfach nur das Horrorszenario. Also, ich würde das da drüber setzen. Über den 20.000 Dollar Bereich. 22.000, 23.000 Dollar, wenn du es kaufst, um es zu halten. Danke, dass ihr alle hier wart. Das war wirklich eine tolle Sendung. Ich schätze das wirklich sehr. Und hoffentlich sehen wir uns morgen. Macht sicher, dass ihr gefällt mir drückt. Abonnieren und die Glocke. Und ja, wir sehen euch morgen. Ciao, Leute.